Jo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Daily Shop. Vielleicht hört ihr es auch schon ein bisschen an meiner Stimme, ich bin aktuell nicht zu Hause, sondern unterwegs. Wieso das Ganze werde ich gleich auch noch erzählen. Zu Beginn aber erstmal direkt zum heutigen Fortnite Shop. Dort haben wir nämlich weiterhin das Marshmallow Set drin, was ich auch gestern verlost habe, dazu gleich auch noch mehr. Und wir haben wieder mal die NFL Skins drin, die Football Skins sind zurück und auch noch einen neuen Emote haben wir drin, nämlich Leuchtstäbe, hier ein epischer Emote auf der rechten Seite. Genau, das ist alles heute im Fortnite Shop. Direkt erstmal ganz kurz zum Marshmallow Set, das habe ich ja gestern verlost. Das gesamte Set habe ich verlost in all meine Instagram-Follower, die mir ja dort den Creator, kurz Doxy, mit davon schicken, wie sie den drin haben. Ich habe auch gesagt, dass ich versuche allen zu antworten und what the fuck Leute, haben mir viele Leute geschrieben, WTF. Also ich habe gestern mindestens 4-5 Stunden am Handy verbracht und den Leuten geantwortet. Und ich habe es nicht geschafft, allen Leuten zu antworten. Ich hätte mir das ja so als Challenge gesetzt. Ich werde heute auch noch weiterhin den ganzen Leuten antworten, auch von gestern. Also ich habe quasi die Challenge verloren. Deswegen habe ich mir überlegt, werde ich das Set heute direkt nochmal verlosen. Ich habe es ja gestern, das gesamte Set schon verlost. Und der Gewinner vom gestrigen Gewinnspiel ist der liebe Leon Nerenberg. Und ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an dich. Und ich habe halt ja die Challenge verloren, die ich mir selber gestellt hatte, dass ich hier allen schaffe zu antworten. Alter, das waren so viele Nachrichten. WTF, ich habe so viele Stunden da allen Leuten geantwortet. Aber ich werde, wie gesagt, das heute weitermachen. Also ich werde auch den Leuten von gestern versuchen, heute komplett zu antworten. Ich bin heute auf einer langen Autofahrt und werde versuchen halt, wenn ich da überall auf der Autobahn immer Internet habe, dass ich dann die ganze Zeit den Leuten weiterhin antworte. Also ja, werde ich das quasi heute wieder verlosen. Und es gibt also quasi dann morgen früh wieder einen Gewinner, der auch nochmal das gesamte Set hier gewinnen kann. Deswegen schon mal auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an dich, Leon. Und dann natürlich nochmal viel Glück an alle, dass ihr das vielleicht dann auch morgen gewinnt, das gesamte Set. Dann ist es ja heute komplett nochmal drin. Einmal der Marshmallow-Skin für 1500 V-Bucks. Dann der neue Emote. Und dann noch der Mellow-Gleiter für 500 V-Bucks. Auch ein ziemlich geiler Gleiter mit diesem Logo drauf und der Musik und den Effekten. Sehr, sehr nice. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann haben wir heute, wie gesagt, schon wieder die NFL-Skins drin. Die wurden sich ja jetzt wirklich schon eine lange Zeit gewünscht. Genauso wie auch eigentlich die Fußball-Skins. Heute haben wir auf jeden Fall die NFL-Skins drin. Und davon gibt es natürlich wie immer vier Skin-Varianten bei den männlichen. Diese vier. Mit jeweils halt dann den ganzen Trikots von den einzelnen Teams. Die wurden ja auch letztens mal geupdatet. Und dann haben wir das Ganze halt auch noch in der weiblichen Version. Also die ganzen Skins auch nochmal in weiblich. Für jeweils immer 1500 V-Bucks. Und sich auf jeden Fall sich wenigstens einen der Skins zu holen. Wenn man halt einfach extrem viele Skin-Varianten damit bekommt, die man dann benutzen kann. Und ich spiele zum Beispiel gerne diesen blauen hier. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich wenigstens einen dieser Skins hier zu holen. Dann kommen wir schon zur rechten Seite. Dort haben wir heute einen neuen Emote drin. Nämlich direkt mal den Leuchtstäbe-Mote für 1800 V-Bucks. Also ein neuer Episch-Empot. Und ich zeige ihn euch direkt mal. Ja, ein ziemlich geiler Emote. Mir persönlich gefällt er sehr, sehr gut. 1800 V-Bucks finde ich auch noch in Ordnung. Ich finde die Musik ziemlich nice. Diese Dubstep-Mucke. Also ich werde ihn mir jetzt direkt ja mal holen. Und natürlich werde ich den Emote dann auch heute mit verlosen. Wieder, wie gesagt, ich habe die Challenge gestern nicht geschafft, allen Leuten zu antworten. Ich habe wirklich extrem viele Leuten geantwortet. Auf jeden Fall Grüße gehen raus an allen Leuten, mit denen ich geschrieben habe. Und deren Bilder ich mir angeschaut habe. Aber keine Sorge. Selbst wenn ich euer Bild gestern nicht gesehen hatte. Ihr habt natürlich trotzdem am Gewinspiel teilgenommen. Also nicht, dass ihr denkt, ihr hattet dadurch jetzt geringere Chancen oder so. Es nimmt also generell jeder Teil. Egal, ob ich das Bild jetzt sehe oder nicht. Ihr habt immer die gleichen Gewinnchancen. Dann machen wir weiter mit dem Elektro-Swing. Ein sehr, sehr cooler Tant. Ich finde, der hat mit 500 V-Bucks einen absolut heftigen Preis. Für den hätte ich persönlich auch locker 800 gezahlt. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann haben wir noch den Leuchtstab drin. Für 800 V-Bucks der Leuchtstab mit einem ziemlich geilen Sound. Hört sich so ein bisschen an wie ein Laserschwert. Und im letzten Slot des heutigen Tages haben wir dann die Lightshow drin. Für 800 V-Bucks diesen recht preiswerten Skin dafür, dass er doch so im Dunkeln leuchtet und ziemlich cool ausschaut. Kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Und das war es dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wenn euch das Video hier gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und jetzt noch ganz kurz eine Info. Nämlich ging es darum, warum ich hier heute unterwegs bin. Denn ich bin jetzt ein paar Tage im Urlaub. Das wird wirklich mein erster Urlaub seit zwei, drei Jahren mindestens. Ich war ja in der letzten Zeit mal ab und zu für zwei, drei Tage ein paar Freunde besuchen. Aber da bin ich auch nur halt in die Stadt gefahren und habe dort halt die Freunde für ein paar Tage besucht. Jetzt fahre ich für knapp eine Woche Skifahren. Und bin deswegen halt in Österreich. Ich bin hier bei Jesse zu Besuch und fahre dann halt da mit Freunden zusammen halt Ski. Um Snowboard um genau zu sein. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal Ski oder Snowboard fahren wart. Ich war noch nie Snowboard fahren. Skifahren kann ich so ein bisschen, aber Snowboard fahren habe ich noch nie gemacht. Und ja, ich habe euch natürlich auch einen Ersatz organisiert, also eine Vertretung hier. Denn ich bin mir nicht sicher, ob ich dort überhaupt Internet habe. Deswegen, ja, musste ich natürlich einen Ersatz organisieren. Das wird der liebe Fix wieder machen. Heißt also, ja, er wird morgen dann ab morgen quasi den Shop für fünf Tage mindestens übernehmen, falls ich dort kein Internet habe und ja, dann in quasi sechs Tagen bin ich wieder da, ganz sicher. Und da werde ich den Shop wieder machen. Also da schon mal keine Sorge. Und ja, deswegen danke schon mal an Fix, dass ihr das Ganze macht. Und ich hoffe natürlich, dass euch das die Tage trotzdem gern gefällt und dass ihr das gut machen wird. Aber da bin ich mir eigentlich recht, recht sicher. Genau. Gut, das war dann eigentlich schon heute alles um vor anderen Shop. Ich nehme das Ganze hier ja ein bisschen an, nicht meinem eigenen Setup auf, sondern an Jessys PC. Und ja, wie gesagt, alle Leute, die mir schon gestern das Bild gesendet haben, hier vom Creator Code Stocksy, die können natürlich heute trotzdem nochmal gewinnen. Also keine Sorge da an euch. Könnt natürlich trotzdem noch teilnehmen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ein von uns Bild dafür machen, ein Foto mit eurem Handy machen, wie ihr hier Stocksy eingetragen habt und mir das auf Instagram schicken, dann könnt ihr immer noch teilnehmen heute. Und ja, falls ihr neu seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren und auch wieder recht zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Also top oder flop. Und dann hören wir uns spätestens in sechs Tagen wieder zum nächsten E-Shop. Und bis dahin, macht's gut oder drei. Tschüss.